Heute ist es leider soweit, die Grünen haben es geschafft. Es gibt ja schon das Sprichwort, dass der grüne Schwanz mit dem schwarzen Hund wedelt und genau jetzt ist die CO2-Steuer eingeführt worden. Das ist eine Steuer, die schlussendlich den Sprit wieder teurer machen wird und das war eine Situation, wo die Menschen in diesem Land ohnehin nicht wissen, wie sie mit der Teuerung umgehen sollen. Die Spritpreise haben kürzlich einmal ein bisschen nachgegeben, das ist dem Rohölmarkt geschuldet gewesen, aber nichtsdestotrotz sind die Grünen jetzt jene Partei, die diese Phase heranzieht, um das Leben für uns alle wieder teurer zu machen. Und da muss man schon mal ganz klar herausstreichen, wie diese Grünen auch programmiert sind. Denen geht es nicht um das Wohl der Leute, denen geht es auch vor einer Notsituation, vor der wir uns jetzt befinden, darum ihre engstinnigen Ökoziele durchzusetzen ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf unsere Pendler, ohne Rücksicht auf die Familien, die auf das Fahrzeug angewiesen sind und ja auch ohne Rücksicht auf die Wirtschaft. Und ich bin gespannt, wie uns diese Regierung erklären möchte und auch im Winter, wie diese Wirtschaft noch funktionieren kann, wie es die Arbeitsplätze dann noch gibt und was schlussendlich in allen Bereichen noch möglich ist. Aus meiner Sicht ist das der richtige Zeitpunkt, um auch diese CO2-Steuer zum Anlass zu nehmen, Dr. Walter Rosenkranz eine Stimme bei der Präsidentschaftswahl zu geben, um einmal das erste Zeichen zu setzen, diesen alten Herren Van der Bellen aus der Hofburg zu jagen. Und der nächste Schritt muss natürlich jener sein, dass wir auch ganz, ganz rasch Neuwahlen brauchen, um all den Unsinn, den die Grünen gemacht haben, schnellstmöglich wieder rückgängig zu machen.